Schon gelesen? Du hast einen Brief von Papst Franziskus bekommen. Genauer gesagt, der Papst hat einen Brief an die deutschen Katholiken geschrieben. Anlass ist der Synodale Weg, den die deutschen Bischöfe zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken im Moment vorbereiten. Drei Dinge sind Papst Franziskus wichtig, die er uns in diesem Brief mitteilt. Erstens, dass wir uns eingestehen, die Menschen vermissen Gott überhaupt nicht. Eine Erzieherin aus einer Kita drückte das so aus. Sie sagte, für unsere Eltern ist es kein Problem, Gott nicht zu kennen. Die brauchen Gott überhaupt nicht. Der Papst schreibt in seinem Brief, Zitat, ich stelle gemeinsam mit euch schmerzlich die zunehmende Erosion und den Verfall des Glaubens fest, sogar in sogenannten traditionell katholischen Gebieten. Und Franziskus warnt davor, dass wir meinen, dieses Problem ließe sich auf dem Weg der Reform von Strukturen, von Organisation und Verwaltung lösen. Stattdessen betont er, das Primat der Evangelisierung, das muss zurückgewonnen werden. Und Evangelisierung ist, so der Papst, keine Taktik einer kirchlichen Neupositionierung in der Welt von heute, keine Retusche, die die Kirche an den Zeitgeist anpasst, nicht der Versuch, Gewohnheiten und Praktiken zurückzugewinnen. Nein, die Evangelisierung ist ein Weg der Jüngerschaft, der Nachfolge in Antwort auf die Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Sie führt dazu, die Freude am Evangelium zurückzugewinnen, die Freude darüber, Christ zu sein. Und als zweites ist dem Papst wichtig, dass wir uns um die Armen kümmern. Gerade heute, so schreibt er, wo wir, Zitat, immer neu ausländerfeindlichen Reden gegenüberstehen, die eine Kultur fördern, die als Grundlage die Gleichgültigkeit, die Verschlossenheit sowie den Individualismus und die Ausweisung hat. Als drittes betont der Papst, wie wichtig der Sensus Ecclesiae ist, also das kirchliche Wir. Gerade da, wo überall Gesellschaft zerbricht und sich polarisiert, da müsse sichergestellt werden, dass deutsche Kirche und Weltkirche zusammenbleiben. Das kirchliche Wir, so schreibt er, befreit von Eigenbrötelei und ideologischen Tendenzen. Aber am besten liest du den Brief des Papstes selber. Du findest ihn im Internet auf den Seiten der Deutschen Bischofskonferenz. Im Nachtgebet heute bete ich darum, dass wir uns auf diese Anregungen des Papstes einlassen. Sie helfen uns, unsere Kirche zu erneuern. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. DER 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 D